Musik Sie hören Solarian, Tage des Aufbruchs. Von Tadio. Gelesen von Matthias Luhn. Gelesen von Matthias Luhn. Wo immer Sonne scheint, ist Wüste. Redensart aus Arabien. Phase 1 Venus 1 Here comes the sun. Here comes the sun, do-do-do-do. Here comes the sun and I say, it's all right. Scott verließ mit einer Geschwindigkeit von exakt 263.678 Metern in der Sekunde den Schatten der Venus und raste in einem Bogen auf die Sonne zu. Die Aussicht war absolut überwältigend. Der gelbe Gigant füllte nahezu den gesamten Horizont aus. Der rotblinkende mobile Computer am Unterarm seines Druckanzuges informierte ihn präzise über seine Flug- und Positionsdaten und spielte nebenbei den uralten Song der Beatles ab. George Harrison war ein Genie gewesen. Die Realität auf dem Display hingegen eine Tragödie. Batterie 9 Prozent und Sauerstoff 7 Prozent. Yeah! Das grelle Sonnenlicht blendete ihn. Scott aktivierte den Polarisierungsfilter und scannte das Umfeld erneut auf Funksignale. Nichts. Er war allein. Leider. Nur die Sonne und er. Über hundertmal größer als die Erde und im Inneren bis zu 15 Millionen Grad Celsius heiß. Ein beeindruckender Stern, die Quelle allen Lebens und 150 Millionen Kilometer weit von der Erde entfernt. Jeder liebte sie. Jeder brauchte sie. Natürlich in der richtigen Entfernung. Mit zu wenig Abstand war die Sonne im Umkreis von fünf Lichtjahren der tödlichste Ort, an dem sich ein Idiot wie er aufhalten konnte. Was ihm seine Situation sehr deutlich machte. Das war ein Scheißtag. Und zwar einer von der richtig üblen Sorte. Über einen weiteren beschissenen Tag hätte er sich keinen Kopf gemacht. Die ließen sich nicht verhindern. Aber dieser war die Krönung aller Scheißtage. Nur mit einem Druckanzug im Reservebetrieb geschützt, schoss er knapp eine Million Kilometer pro Stunde schnell auf die Sonne zu. Er würde zumindest einen verdammt heißen Abgang hinlegen. Dummerweise befand sich kein Raumschiff in der Nähe, das ihn innerhalb der nächsten 61 Minuten retten könnte. Dann würde ihm der Sauerstoff ausgehen, Stunden bevor die Sonne ihm grandios den Arsch abfackeln würde. Draufgeschissen! Seiner Überzeugung nach war das Leben viel zu kurz, um warmes Bier zu trinken, seine Zeit mit hässlichen Frauen zu verschwenden oder bei einem Deal keinen guten Schnitt zu machen. Bedauerlicherweise lief seine letzte Transaktion geringfügig aus dem Ruder, was ihm diesen musikalisch perfekt begleiteten Freiflug in die Hölle einbrachte. »Lidia!« Scott dachte an ihre langen, dunklen Haare, die festen Brüste und ihr Lachen, dass selbst den Teufel in die Flucht schlagen würde. Er hätte dieser Frau nicht trauen dürfen. Nein, das war es nicht. Er wusste immer, dass sie eine falsche Schlange war. Er hätte nicht mit ihr schlafen sollen. Blödsinn! Der Sex war erstklassig. Der Beste seit drei Tagen. Er hatte nur vergessen, sie nach der Nummer zu erwürgen. Die Kombination, sich mit ihr auf einen Deal einzulassen, ihr an die Wäsche zu gehen und sie danach mit nacktem Hintern paralysiert auf den Frachtkisten ihres Gleiters sitzen zu lassen, war definitiv eine schlechte Idee gewesen. Hätte er sie getötet, anstatt sie nur mit einem Elektroschocker zu betäuben, würde er jetzt nicht als lebendiges Marshmallow zur Sonne fliegen. Dass ihn sein weiches Herz eines Tages töten würde, war absehbar. Würde er Frauen wie Lydia in seinem nächsten Leben aus dem Weg gehen? Vermute ich nicht, auch wenn es gesünder für ihn wäre. Würde er nach seiner Reinkarnation ein ordentliches Leben führen? So mit allem, was dazu gehört? Einem Posten innerhalb der Föderation oder in einem der großen Konzerne? Familie, Krankenversicherung, Pensionsanspruch und einem netten Apartment auf einer der zahlreichen Raumstationen, die den Jupiter-Mond Ganymed umkreisten? Nein, Scott würde sich in jedem Leben auflehnen und diesen Arschgeigen den Mittelfinger zeigen. Sein Weg würde immer ein anderer sein. Er hatte sich niemals einen Abend gewünscht, an dem er bereits gewusst hätte, was ihm der nächste Tag bringen würde. Die Konsequenzen seines Handelns würde er auch in hundert weiterem Leben ertragen. Ein Ruck durchfuhr sein Bein. Das Display an seinem Unterarm blinkte noch wilder, und anstatt des alten Songs von den Beatles ertönte ein Warnsignal in seinem Helm. Druckabfall. Etwas schien seinen Anzug beschädigt zu haben. Alles drehte sich. Ein Meteorit, vermutlich kleiner als ein Sandkorn, musste seine linke Wade durchschlagen haben. Oh, was für ein kleiner Scheißer, sagte Scott und dachte wieder an seine beachtliche Geschwindigkeit. Der Krümel hatte es offensichtlich noch eiliger. Die aktiven Nanopartikel des Druckanzugs verschlossen die Gewebebeschädigungen wieder, ohne dass er eingreifen musste. Bei der schnellen Rotationsbewegung glaubte er, sich gleich übergeben zu müssen, was bei seinem leeren Magen nur ein hässliches Würgen ergeben hätte. Er musste sich entscheiden, zwei Minuten länger leben oder etwas Sauerstoff für eine Korrektur mit den Steuerungsdüsen an seinem Helm investieren. Was waren schon zwei Minuten? Er traf seine Wahl und ließ den Computer die Stabilisierung der Flugbahn durchführen. Mist, das Bein war noch fast neu. Scott versuchte, seine Zehen zu bewegen, was natürlich nicht funktionierte. Er konnte die Vibrationen der synthetischen Muskelstränge spüren, die der Mikrometeorit beschädigt hatte. Alles, was er unterhalb seines linken Knies bisher als Teil seines Körpers betrachtet hatte, war jetzt reif für die Müllhalde. Zur Kontrolle bewegte er die Zehen des rechten Beines, die er erfreulicherweise noch spüren konnte. Der Einschlag hätte ihn auch auf der Stelle töten können. Doch stattdessen traf er nur sein Bein. Sein linkes Bein, wohlgemerkt. Ein seltsames Gefühl. Ein Treffer in seine rechte Wade wäre um einiges schmerzhafter gewesen. Die hätte er noch gespürt. Sein gesamtes linkes Bein, sein linker Unterarm, vier Rippen, zwei Brustwirbel und 20 Prozent seiner Oberkörpermuskulatur waren bionische Implantate. Andenken aus glücklichen Tagen, als die Special Forces der Föderation noch seine Arztrechnungen bezahlten. An die Granate, die ihn damals in Stücke gerissen hatte, konnte er sich nicht mehr erinnern. Was vermutlich auch besser war. Scott lag damals sieben Monate im Krankenhaus und verbrachte weitere vier Monate im Veteranencenter der Föderation auf dem Mars. Seine Knochen hatten die gut hinbekommen. Zwölf Millionen hatte die Behandlung gekostet. Eine Wahnsinnssumme. Aber sein leitender Offizier hatte an ihn geglaubt. Ein Fehler, da Scott danach kein Auge mehr zutun konnte. Er war schon einige Male kurz davor, sich alles abzuschneiden. Eine Lösung wäre das nicht gewesen. Aber er glaubte damals, dann wieder besser zu schlafen. Scheiße. Jetzt werde ich auch noch sentimental. Scott biss die Zähne zusammen. Seine millionenschwere Roboterbade war jetzt nur noch Schrott. Und er war mausetot. Minuten später. Seine Zeit lief ab. Hatte er Angst zu sterben? Er dachte an den Tod. Bisher hatte er noch nie ernsthaft über sein Ende nachgedacht. Wieso auch? Der Tod kam immer zu anderen. Bei wenigen, die er kannte, ohne sein Zutun. Und bei vielen, die er nicht kannte, aufgrund seiner Taten. Scott wusste nicht mehr, wie viele arme Schweine er im Laufe der Jahre im Dienst für die Föderation getötet hatte. Aber es waren viele. Viel zu viele. Verdammt! Das ist vorbei. Alleine dafür hatte er es verdient, in der Hölle zu schmoren. Was jetzt auch geschehen würde. Wenn auch eine Spur zu wörtlich. Gott, gibt es dich eigentlich? Dass er jetzt auch noch nach Gott fragte, erachtete er als blanken Zynismus. Die letzte Kirche in Nordafrika, an die er sich erinnern konnte, hatte er schreiend mit einem Flammenwerfer in der Hand verlassen. Kurz bevor sie brennend einstürzte. Nein, er wollte nicht anfangen zu heucheln. Sorry, mein Fehler. Scott hakte seine spontan religiösen Ambitionen ab. In seinen letzten Minuten würde er sicherlich nicht anfangen zu beten oder so einen Scheiß. Vergebt mir! Was war das denn? Hatte er sich etwa entschuldigt? Bei wem denn? Sauerstoffmangel? Hörte er bereits fremde Stimmen? Scott saft das Display am Unterarm. Batterie 5% und Sauerstoff 1%. Boah, ich will nicht sterben, hörte er sich wie ein Weichei flennen. Gleich würde ihm die Luft ausgehen. Zum Glück hörte ihn niemand. Scott fing an zu weinen. Hemmungslos. Er war allein und durfte so viel weinen, wie er wollte. Ich will nicht. Oh, Sweetie, deine Tränen beeindrucken mich. Ehrlich, du bist rührend. Weißt du, mit dir hätte ich alt werden wollen. Wir hätten bestimmt wunderschöne Kinder bekommen. Hörte er eine Stimme über Funk sagen. Eine weibliche Stimme, die er gut kannte und mit der er nicht gerechnet hatte. Scott McSweetbody, so sein Name. Bei den Special Forces hatte er es immerhin von einem Mannschaftsdienstgrad zum First Lieutenant gebracht. Sweetie nannten ihn sonst nur seine Freunde, zu denen er sie nicht mehr zählte. Lydia! Scott war wieder da und zog die Nase hoch. Diese miese Schlampe musste ihm die ganze Zeit hinterher geflogen sein. Sehnsucht nach ihm würde sie gewiss nicht gehabt haben. Ob sie sicher gehen wollte, dass er vor der Sonne nicht falsch abbog? Hast du mich etwa vermisst? antwortete die böseste Frau, die er kannte, mit der Stimme eines Engels. Lieblich und zuckersüß, die pure Versuchung. Ich habe Syphilis. Deine Plumme wird in zwei Wochen aussehen wie ein verschimmelter Blumenkohl. Weißt du eigentlich, wie viel Schotter mir ein paar Leute für den Stream mit deinen letzten Worten zahlen werden? Der legendäre Scott Sweetie, McSweetBuddy, findet zu Gott. Ha, episch. Geht es dir nur ums Geld? Natürlich. Du kennst mich doch. Ich bin Geschäftsfrau. Auch wenn ich es für dich gratis gemacht hätte. So ein bisschen Vergnügen sollte man sich immer mal wieder gönnen. Sobald ich wieder in Reichweite bin, werde ich den Spaß ins Netz laden. Verreche! Mist, stück! Das werde ich nur erheblich später als du, Lydia lachte. Wird deine Luft schon ein wenig stickig? Ich kann doch nachsehen. Gleich, wenn ich deine Leiche aufsammle. Weißt du, es war ein Fehler, dich in die Sonne stürzen lassen zu wollen. Hey, es gibt ein Kopfgeld auf dich. Die Föderation zahlt gut, um Deserteure wieder in die Finger zu bekommen. Ich werde dich in deine Träume heimsuchen. Na komm, so gut warst du auch nicht. Ich hatte schon besseren Bett. Also maximal oberer Durchschnitt. Du! Scott fiel es schwerer, sich zu konzentrieren. Weißt du, Lydia zögerte. Ich könnte dir auch dein Ding abschneiden und in Alkohol einlegen. Ich kenne ein paar Frauen, denen du das Herz gebrochen hast, die mir dafür noch mehr geben als die Föderation für deine Leiche. Sie lachte. Ich habe die Lösung. Ich verkaufe deinen Kadaver stückweise. Ich bin mir sicher, dass der Leichenbeschauer der Föderation nicht so genau nachsehen wird. Der wird kaum bemerken, wenn ich ein paar Kleinigkeiten abschneide. Der nimmt zur Identifikation normalerweise nur eine DNS-Probe, erklärte Lydia, die ihren Triumph zelebrierte. Ich werde dich... Scott glaubte gleich, das Bewusstsein zu verlieren. An seinem Arm blinkte das Display jetzt mehrfach in der Sekunde. Die Vorstellung, in Trophäenschränken einiger seiner Verflossenen zu landen, gab ihm den Rest. Ist es schon soweit? Ich dachte, du hättest noch zwei Minuten. Oder hast du etwa die Steuerungsdüsen benutzt? Scott konnte nicht mehr antworten. In Gedanken sah er sich, wie er Lydia erwürgte. Langsam, mit vollendeter Hingabe, bis sie ihm ihre blaue Zunge herausstrecken und ihre giftgrünen Pupellen brechen würden. Ein unerfüllter Wunsch. Ein letzter Blick in die Sonne. Es wurde dunkler. Ihm fielen die Augen zu. Scott stand auf einer Wiese. Die Sonne schien an diesem wunderschönen Tag. Was für ein herrliches Wetter! Er lief zu einem Baum und hob das Bein. Er wie bitte? Er hob das Bein und markierte sein Revier. Nein, das konnte doch nicht wahr sein. Doch bitte kein Hund, alles andere, aber bitte doch kein Hund! Er bellte und lief weiter. Die Sonne lachte. Das Schicksal musste eine Frau sein, eindeutig. Kein Mann hätte ihm diese Schmach angetan. Die Sonne lachte wirklich und klang dabei wie Lydia. Nein, 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 bitte nicht das auch noch. Sweetie, du bist rührend, ehrlich. Du bist so ein richtig süßer kleiner Fratz, hörte er die Sonne sagen. Also Lydia, das war ein Art Traum. Die Hölle, das Inferno. Sie lachte. Der Teufel war also eine Frau. Das Ende aller Tage. Der Untergang des Universums. Scott stellte sich auf die Hinterläufe und kläffte die Sonne an, was auch in einem Albtraum total bescheuert war. Klus, Huderstöckchen, rief Lydia vergnügt. Nein, die konnte ihm seinen pelzigen Buckel runterrutschen. Der Traum würde gleich vorbei, der Rest Sauerstoff in seinem Hirn verbraucht und er tot sein. Bis dahin würde er warten, Punkt, Aus, Ende. Er würde sich doch nicht zum Affen machen. Scott wedelte freudig mit dem Schwanz und sprang einem Stock hinterher, der aus dem Nichts an ihm vorbeiflog. Nein! Nicht das auch noch. Tiefer konnte er nicht mehr sinken. Er konnte sich kein Szenario vorstellen, dass er niedrigender hätte sein können. Fein! Das hast du fein gemacht! Lydia streichelte ihm über den Kopf, ohne dass er sie sehen konnte. Möchtest du ein Leckerli? Ja, das hast du dir verdient. Nein, das konnte doch nicht ihr Ernst sein. Scott bekam irgendetwas in den Mund gesteckt, das nach toter Katze schmeckte. Der Albtraum hatte seinen Tiefpunkt definitiv noch nicht erreicht. So, jetzt tusch Hush ins Körbchen. Wo Lydia ein Körbchen sah, verstand Scott zwar nicht, aber das dürfte es gleich gewesen sein. Der Sauerstoff ging zur Neige. Er wurde immer müder. Endlich. Er freute sich gleich, den Löffel abzugeben und legte sich auf die Wiese, die sich plötzlich wie ein Bett anfühlte. Echt schräge letzte Gedanken, die sein nach Sauerstoff gierendes Gehirn da produzierte. Realität und Traum waren nicht mehr zu unterscheiden. Er fühlte sich pudelwohl. Er kuschelte sich an eine große, weiße Bettdecke und schlief ein. 2. Johannesburg, ad 2232 Jetzt schau mich nicht so traurig an. Es ist nicht deine Schuld. Wirklich nicht, sagte Taras Mutter und lächelte zufrieden, obwohl sie auch das Recht dazu gehabt hätte, auf ihre Tochter wütend zu sein. Sehr wütend. Sie würden sich für längere Zeit nicht mehr sehen. Mama, bitte. Ich. Tara blieben weitere Worte im Halse stecken. Der Gedanke, vermutlich ein letztes Mal mit ihr zu reden, haftete hartnäckig in ihren Sinnen. Was hätte sie auch tun sollen? Sich entschuldigen? Sich für das Geschenk zu überleben bedanken? Oder einfach nur wortlos nicken? Ihr fiel keine für diese unerträgliche Situation passende Geste ein. Tränen rollten über ihre Wangen. Ich freue mich für dich. Mama fuhr Tara über den Kopf und strich ihr an dem geflochtenen schwarzen Zopf entlang. Wie sehr hatte sie es früher geliebt, frisiert zu werden? Vor der Schule, jeden Morgen wieder, wie ein stummes Ritual, das ihre Mutter und sie verbannt. Tara dachte an eine Redensart, die Mama früher gerne zitiert hatte, dass Kinder in der Schule für das Leben lernen würden. Heute, mit 24, wusste sie es besser. Sie hatte nicht für das Leben jeden Tag Bücher gewälzt, bis ihr die Augen zufielen. Sie tat es, um zu überleben. Die Chancen darauf waren minimal, aber sie hatte es geschafft. Nur sie. Weder ihre Eltern noch ihre um ein Jahr jüngere Schwester, Istari, würde sie morgen mitnehmen können. Ich werde einen Weg finden, um euch zu holen, sagte Tara, als ob sie gerade eine spontane Idee gehabt hätte. Ja, das würde sie tun. Wie, wusste sie noch nicht, aber sie würde es tun. Sie würde ihre Familie nicht auf der Erde sterben lassen. Nein, das würde sie nicht zulassen. Sie würde alles daran setzen, einen Weg zu finden, um sie zu retten. Ich weiß, antwortete Mama, wie es vermutlich alle Mütter in dieser Situation tun würden. Versprochen. Möchtest du noch etwas essen? Mama! Wir haben noch...